Wien, der Schock sitzt immer noch tief. Am gestrigen Montag starb Baulöwe Richard Mörtel-Lugner im Alter von 91 Jahren. Jetzt hat sich seine Frau Simone Reiländer, 42, erstmals auf Instagram nach seinem Tod zu Wort gemeldet. Unter einem gemalten Porträt des Bauunternehmers schrieb sie folgende emotionale Worte. Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch deiner war. In Liebe. Dahinter setzte sie ein schwarzes Herz und hat ihr Profilbild als Zeichen ihrer Trauer ebenfalls geschwärzt. Gerade mal zweieinhalb Monate waren Lugner und seine Simone verheiratet. Die Hochzeit wollte das Paar Anfang August mit traumhaften Flitterwochen in Griechenland grünen. Wegen des schlechten Gesundheitszustands des Österreichers wurde die Hochzeitsreise auf September verschoben. Doch nun ist es zu spät. Bienchen wird den Rest ihres Lebens ohne ihren geliebten Mann verbringen müssen, ist mit 42 Jahren bereits Witwe. Auch Mausi Christina Lugner hat sich bereits zum Tod ihres Ex-Mannes geäußert. Die beiden, die von 1990 bis 2007 verheiratet waren, hätten am Sonntag noch miteinander telefoniert. Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch. Ich habe ihm viel zu verdanken, sagte die 59-Jährige gegenüber der Kronenzeitung. Wird es einen Streit ums Erbe geben? Stellt sich nun die Frage, wer Lugners Nachlass erben wird. Schließlich hinterlässt der Baulöwe vier Kinder und seine sechste und letzte Ehefrau Simone. Wie die BILD berichtet, wird das Gesamtvermögen des 91-Jährigen auf rund 250 Millionen Euro geschätzt. Ein Großteil stecke in einer privaten Stiftung, die von seinen Söhnen Andreas, 58, und Alexander Lugner, 61, betreut wird. Eine der Haupteinnahmequellen der Stiftung sei das Wiener Einkaufszentrum Lugner City. Hier ist Tochter Jacqueline, 30, eine der Führungskräfte und gilt wie ihre Brüder als eine der Haupterben. Erbberechtigt ist aber auch Lugners uneheliche Tochter Nadine Janine Katter, welche in den USA lebt und aus der Liaison mit der ehemaligen Schauspielerin Sonja Janine, 68, stammt. Und dann ist da noch Simone Reiländer, der nach Lugners Tod ein Pflichtanteil des Erbes zusteht. Gut möglich, dass sich bald ein heftiger Streit um Lugners Nachlass anbahnen könnte.